Helfen hilft. Es stärkt die Schwächsten in der Gesellschaft und spendet Freude. Daher wollen die Malteser in Sachsen-Anhalt für das Ehrenamt begeistern. Mit der Kampagne Fasst ihr ein Herz wollen sie zeigen, dass es nur ein kleiner Schritt ist aus dem Alltag ins Ehrenamt. Was für das Helfen wichtig ist, bringt jeder bereits mit. Bei allen Schritten in das Ehrenamt versprechen die Malteser Rat und persönliche Unterstützung. Rund 1000 Ehrenamtliche engagieren sich bereits bei den Maltesern. Wer sich ein Herz fasst und den ersten Schritt macht, findet hier eine Aufgabe, die individuell passt. Zum Beispiel als Sanitäter im Bevölkerungsschutz, bei der Begleitung sterbender und trauernder Menschen, in der Integrationsarbeit, beim Besuch alter oder kranker Menschen, sowie in der Jugend. Die Kampagne Fasst ihr ein Herz lädt in den sozialen Netzwerken sowie auf Plakaten dazu ein, vielfältige Engagementmöglichkeiten kennenzulernen. Mehr Informationen zum Ehrenamt bei den Maltesern gibt es unter der eingeblendeten Webadresse.